So, und jetzt die Kreativaufgabe. Gibt's auch so einen kleinen Freestyle? Das ist ja fast schon Tradition, das hast du sonst auch nicht von dir. Ich wusste davon nichts. Ach, ich wusste davon auch nichts. Fällt dir was ein zu Lichtblicken? Ich soll einen Freestyle machen, ich weiß nicht, ist das jetzt richtig? Habe ich den richtigen Lichtblick? Heute Freestyle für Lichtblick, wenn ich dich schicke? Okay, keine Ahnung, Freestyle direkt hier am Mikrofon, keine Sau ist da, kein Publikum, aber ich mache es trotzdem direkt für die Kamera und da kann man schon mal Leute grüßen. Grüßt euch, Dankeschön. Danke. Cool. Bis zum nächsten Mal.